Und damit herzlich willkommen zurück nach dieser tollen kleinen kurzen Pause, weil Overwatch meinte, wir machen ein Update. Ja. Gut, wir fangen jetzt weiter an. Der Collie ist auch wieder dabei und wir haben einen weiblichen Gast im TS. Toll. Sag hallo. Hi. Moin. Schön. Jetzt hörst du einfach aufzureden. Bist du jetzt verwirrt, Basti? Was? Nein. Was? Nein. 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 Alles gut. Ich habe nur überlegt, welchen Charakter ich wähle. Ah. Ich habe mich entschieden. Ja, ich bin der Nussknacker. Der Nuss... Oh, how cool. Nussknacker. Hallo, Nussknacker. Hallo. Niemals. Ich habe immer noch nicht meinen Spray geändert. Warte mal, macht das überhaupt Sinn? Ich gehe oben raus. Das ist vollkommen egal, wo du rausgehst. Ne, Makade ist es tatsächlich nicht egal, habe ich festgestellt. Die Makade ist mir egal. Glaubst du nicht, dass ich dich heilen werde? Du glaubst auch nicht, dass du meine Heilung abkriegst, oder? Ich bin Heiler. Ja und? Erinnere dich an das letzte Match. Wer hat am meisten geheilt? Ja, weil wir keinen Heiler hatten. Also. Alter. Geil. Oh, toll. Die sind alle hinter uns. Wenigstens habe ich den Pharao weggenatzt. Was für ein Pharao? Aus dem Gegnerteam. Also, ich mag auch nicht den Pharao. Die heißt Phara. Der Pharao? Phara? Ja, ist doch Pharao. Ja. Phalanx, ja, ist mir schon klar. Wie denn hinter mir? Egal, wir haben den Punkt. Ta-da-da-da. Klasse. Oh Gott, Racer. Oh Gott, ich bin tot. Der war gut. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen näher bei dir bleiben, was? Ja, ich bin Heiler. Ja, dann sag das doch. Ich bin Heiler. Wow. Gefangen? Ach so, ja. Du bist tot. Ja, ich weiß. Ich warte mal. Ja, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ja. Na, wir haben hier vernünftig wieder spielen. Die letzte Runde war so toll. Und komm, komm, so ein Update. Du schon läuft hier, Alter, alles daneben. Ja, jetzt sind ja die ganzen Freaks wieder da. Ja, echt. Aber ich spiele schon ein Senior, dann sag mal. Wieso gehen die alle auf mich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah! Was sind die denn immer so schnell hinter uns die ganze Zeit? Jo, die haben Tracer, die haben Genji. Ja, ja. Tracer ist übrigens eine Klasse, die, also einen Charakter, den mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich spiele jetzt mal was anderes. Ich habe zwar, ich bin da kurz davor. Weißt du was? Ich spiele jetzt Genji. Du bist kurz davor auszurasten? Nein. Ich raste nicht aus. So, ich probiere es mal andersrum hier. So, Mann, jetzt zeige ich dir mal meine Skills. Ich gehe mal eine Runde sterben. Alles klar. Ja, ja, greift der alle mal vorne und uns an. Ich nehme unseren Punkt ein, ne? Ich bin da, bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Oh! So, was für die Ranger, die Explosion von dem Ding. Muss ich einfach noch hinter irgendwas stellen. Okay. Weil ich dann letztens schon mal gefühlt 10 Kilometer von weg und das Ding hat mich trotzdem noch in die Luft gejagt. Ach, Mann, ey! Da ist doch wieder der Ninja. Tun deinen scheiß Ninja, ey. Langsam aber sicher, sollten wir auch mal den Punkt übernehmen, oder? Haben wir gleich verloren. Nichts, solange ich es verhindern kann. Da, 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 da! Toll. Ich habe uns den Punkt wieder halbwegs gebracht. Ja, ich bin da. Schön. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Oder? Unsere Heilerin hat auch noch nicht wirklich viel geheilt, oder? Äh, noch nicht. Der, 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 der komische Engel oder was das sein soll. Höh! Wieso? Hä? Ich bin ohne... Hä? Okay, wir haben verloren. Hä? Coole Sache. Läuft bei uns. Und warum habe ich schwarzen Windschirn? Sag doch wenigstens Runde. Ja, okay. Ist egal, ist egal. Ist egal, ist egal. Es ist noch alles offen. Ist egal, ist egal. Gibt noch eine Runde. Toll. Wir haben einen, der Hanso spielt, wir haben einen, der Junkle spielt. Ich kann doch nichts anderes. Ich habe es heute. Und ich könnte noch was anderes. Aber sage ich nicht. Hallo, Noobfilter. Was? Ja, echt? Nein, ich bin jetzt hier. Wie komme ich hier dazu? Bähum, Alter. Jetzt bin ich hier. Onkel Erhard. Erhard? Reinhard. Oh, cool. Ich bin der Reinhard. Tschüss. Das war alles geplant. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Da, 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 da. Tschüss. Wo ist dein Schild? Alter, stell mal ein Schild da. Ja, ja. Aber ich war es ein. Verdammt. Ich dachte, ich erwischt noch einen. Aber ich habe nur Diva erwischt. Schade. Egal. Ich habe keinen erwischt, leider. Wieso haben wir denn schon wieder keinen Heiler, Alter? Weil irgendwie hat das Schild vor mir gefehlt. Ich spiele da mal Heiler. Oh, Mann. Junge, wieso? I'm the mercy. Nein, ich switch mal lieber. Oh, shit. Irgendwas sind da. Was haben wir denn wieder für Teammates, Alter? Die rennen die ganze Zeit weg. Warum rennen sie denn weg? Jetzt frage ich mich auch. Also, ich wusste jetzt gerade auch nicht, was ich noch machen soll. Der stand nämlich direkt hinter mir und hat irgendwie nicht auf das Ding geschossen, unser Teammate. War sehr toll. Mhm. Hinter mir Sombra. Hinter mir. Sehr gut. Verdammt. Also, ganz ehrlich, vor dem Update war es besser. Für die Leute, für die Zuschauer vielleicht mal als Info. Wir wollten eigentlich nach dem letzten Video, was draußen ist, wollten wir eigentlich gleich noch eins aufnehmen. Problem an der Sache. Blizzard meinte, ey, wir müssen ein Live-Update machen. Jetzt. Und da mussten wir unterbrechen. Und da lief es eigentlich richtig gut. Und jetzt nach dem Update, ja. Ja. Wir geben dem Update einfach bei die Schuld. Scheiß Update. Echt. Echt. Ach, keine Chance, ey. Das Team ist auch zu stark. Die haben uns richtig fertig gemacht. No way. Vor allem, weißt du, wir zwei sind ein Team und wir haben noch vier andere im Team. Und die meinen, sie müssen... Naja. Naja. Naja, alles klar. Ja. Ja. Highlight des Spiels ist der Ninja. Mir egal, es ist ein Ninja. Guck mal, du wurdest getötet. I know. Du Ninja, du. Hat heißen zwei Sterne unter dem Bild, dass die schon über 2000 hat? 200. Oh. Sie ist Level 203. Ja, okay. Wenn du einen Silber den Stern hast, bist du so über Level 600. Okay. Hab ich auch schon gesehen. Naja, ich bin ja Level 13,5. Also ich hab noch ein bisschen was vor mir, aber. Ja. Aber, warte mal. Sollen wir mal die Suche abbrechen. Gehen wir jetzt mal Razzifazzi in ein 3 vs. 3 Arcade Match. Yeah. Kriegt man dafür auch diese Punkte für die Weihnachtsdinger? Ja. Für alles, was im Arcade ist. Gut. Ich hab schon mal dieses Schneeball-Ding gemacht, das lag mir nicht so. Ich hab das nicht einmal gemacht. Sei froh. Einen Schneeball schießen und danach musst du dir Schnee suchen und wenn du getroffen bist, bist du instant tot. Ich kenn die Regeln. Deshalb spiel ich's nicht. Ich spiel immer das Normale oben in der Mitte, das Arcade. Ja, ja, das. Wenn du tot bist, kriegst du einen neuen Charakter. Ja, genau. Das macht auch am meisten Laune. Das können wir auf jeden Fall das. Das war mal im nächsten Video. Oh, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was zur Hölle? Spiel haben wir im Starten des Spiels. Ich glaube, ähm... Unsere Zuschauer werden uns lieben für sowas. Ja, die denken jetzt so, boah, erst spielen die so kacke in dem Match und dann kacken sie ab, weil sie kein Match finden. Echt? Was für Noobs. Den geb ich einen Daumen hoch. Like. Ja, unser weiblicher Gast ist übrigens immer noch im Test, aber sie hat anscheinend kein Interesse mit uns zu kommunizieren. Nein, den Wink hat sie auch nicht verstanden. Alles klar. Sie hat uns wahrscheinlich gemutet und hört uns einfach nicht zu. Vielleicht ist sie schüchtern. Vielleicht sollten wir den Druiden mal sagen, sie soll mal heilen. Druiden, heilen! Klappt auch nicht. Sie hat uns tatsächlich gemutet. Und die Initialisierung klappt übrigens nicht. Äh, ich weiß. Ach, Käsekuchen. Meine Geschätzte, wartet seit 38 Sekunden und wir sind schon bei einer Minute 16. Ja. Oh, 37 Sekunden. Bei dir steht das wenigstens noch. Bei mir steht nur noch verstrichende Zeit. Oh, okay. Tja, gut. Das liegt dann aber nicht an mir, oder? Wenn es bei mir noch steht. Nein, das liegt dann keinem von uns beiden. Das ist jetzt wegen dem Update. Okay. Ach, Mann. Äh, ja, gut. Bevor wir euch, liebe Zuschauer, noch weiterquälen und einfach nur diesen stumpfen Suche-Match-Bildschirm seht. Ich kann ja mal so machen. Oh. Bringt genauso viel. Ähm, brechen wir das Video, denke ich mal, ab. Und wir werden, sobald irgendwann mal wieder verfügbar ist, ein neues Spiel starten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne kommentieren, gerne abonnieren. Wenn ihr es schon abonniert habt, danke. Und, ja. Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.